Herzlich Willkommen! Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie den SunnyTree Power Smart Energy installieren und welche Dinge Sie hierbei besonders beachten sollten. Bitte beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die Sicherheitshinweise in den Anleitungen der einzelnen Produkte. Bevor wir mit der Installation starten können, benötigen wir noch folgende Werkzeuge. Einmal einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe pH 2 und einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe pH 1. Aufgrund des Gewichts des SunnyTree Power Smart Energy von 30 Kilo sollte der Transport und die Installation mit zwei Personen erfolgen. Es sollte zuvor in Zusammenarbeit mit dem Kunden eine Auswahl getroffen werden, welche Verbraucherstromkreise im Backupfall versorgt werden müssen. Im Karton vom SunnyTree Power Smart Energy finden Sie folgende Komponenten. Den Wechselrichter mit Schutz für den Anschlussbereich. Hier ist es ganz wichtig, dass diese erst nach der Montage an der Wand entfernt wird. Den Schnelleinstieg mit wichtigen Passwörtern auf der Rückseite. Zwei Linsenkopfschrauben. Positive und negative DC-Steckverbinder inklusive Dichtstopfen. Zwei AC-Stecker für den Anschluss der Backup-Lasten und des öffentlichen Stromnetzes. Vorkonfektionierte Batteriekabel mit MC4-Stecker in einer Länge von 3 Metern. Komp-Stecker für den Anschluss der Batteriekommunikation unter digitalen Ein- und Ausgänge. RJ45-Schutzhülle zur Einhaltung der Schutzart IP65 am Ethernet-Anschluss. WLAN-Antenne Zuerst wird der Wechselrichter an der Wand montiert. Hierfür wird folgendes Material benötigt. Drei geeignete Schrauben und drei geeignete Unterlegscheiben. Je nach Untergrund drei Dübel. Genaue Maße, siehe Betriebsanleitung. Bitte achten Sie bei der Montage darauf, dass die empfohlenen Mindestabstände zu anderen Geräten oder weiteren Gegenständen eingehalten werden. Sobald der Wandhalter an der Wand befestigt wurde, kann das Gerät eingehangen werden. Der SunnyTriPower Smart Energy wird über zwei Sicherungsschrauben mit der Wandhalterung verschraubt. Hierfür empfiehlt sich ein magnetischer Kreuzschlitzschraubendreher PH2. Anschließend kann der Schutz für den Anschlussbereich abgenommen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017